Oh, ein Tricksteil für Verkauf und sowas. Jedes verrottete Fleisch sieht im Sex aus wie ein Dings. Paul, soll ich dir das Texture-Pack auch hochladen, dass du das auch nehmen kannst? Schnell in die Dropbox hinten rein, noch? Ich wundere dir, dass dein Laptop so wenig mit einem normalen Netzteil auskommt. Weil normalerweise brauchst du so eine Grafikkarte und so, brauchst du schon mehr Power. Ich kann dir gleich mal sagen, was mein Netzteil für eine Power gibt, da guckst du nicht schlecht. Echt? Das ist kein Normales? Das ist kein Normales ins Teil. Was hattest du denn mit? Ja, muss ich gleich gucken, ich will jetzt hier noch nicht in die Schlucht fallen. Nee? Ich will mal kurz hingehen, wenn ich sterbe, dann töte ich dich. Warte, ja, ja, komm, ich bin da schon zu Hause. Oh, Paul, ich bin à la maison, Junge. À la maison? Nein, da ist der Spinne, da ist der Spinne, da ist der Spinne, ah! Oh, grafe ich ganz schnell runter. Und zwar gibt mein Netzteil, ähm, 120 Watt. Ey, das ist ja nicht so viel, oder? 120 Watt ist schon eine ganz schöne Menge. Ich google immer aus, 120 Watt sind. Das will er jetzt wissen. Das passiert mich einfach. Oh, ich würde beschossen, aber ich weiß nicht von wo. Ähm, ja, ja, scheiß YouTube. Das ist ja schon Paul. Sind, glaub, wiederum wo. 120 Watt. Sind 120 Watt viel. Watt? Doch, wiederum wo beschießt du gar nicht? Nein. Nein? Dann war es wohl ein Skelett. So. Loy. 120 Watt. Heißt das überhaupt Watt? Wenn ich 120, sind 120 Watt viel eingeben? Ah, ne, halt, hier oben steht's. Das geht 100 bis 240 Volt. Ach, Volt, ja, das ist ein Unterschied. Ah, halt, ich wollte ja Themen aussuchen. Themen? Also, ja, ich hab irgendwie kein Pokémon sinnlos, klar, aber so. Fragen, die man stellen kann. Oh, du hast, du hast zu mir gesagt, du suchst dir welche raus, aber ja, genau. Man, ich will keine Fragen stellen, um Fremde kennenzulernen. Fragen, hier, Fragen, die man einer Frau stellen kann. Okay, die man in der Fähigkeit. Also, so, danke im Voraus. Das ist scheiße, die Seite. Fragen, die man seinem Freund stellen kann. So. Welche Fragen soll ich meinem Freund stellen? Lol. Meine Katze ist weg. Paul? Ja? Was ist los? Ich bin zu Hause. Niemals. Ey, du weißt schon, dass sie aufstehen können. Die war gerade eben noch da. Da hat die hier drauf gesessen und wir uns... Hä, Mann, ist denn jetzt hier schon wieder groß, Alter? Also, wenn die standen, dann kann die da rausgehen. Einfach. Er hat mir jetzt irgendwann die Wünsche, jetzt noch mal gerade geblieben. Fick dich, ich hee dich, ich seh dich doch da hinten, Alter. Mann, was, was machst du denn, meine Katze? Was tust du, was hat die denn getan? Oh, die hab ich müh... Die hab ich mühsam... Die hab ich mühsam... Alter, Mann, Paul, fick dich. Ich bin deine einzige Katze. Das ist eifersüchtig. Fuff, fuff. Mann, was soll denn das? Mann, du fängst mir jetzt eine neue... Paul, Paul, komm mal bitte zu unserem Haus. Ich muss dir mal was zeigen und Leo am besten auch gleich mal. Paul, du fängst mir jetzt eine neue Katze. Mann, wenn nicht... Leo, komm mal zu unserem Haus. Was soll denn das? Ich hab... Leo, Leo... Ich komm mal schon zu eurem Haus. Zu welchem Haus denn von euren ganzen Häusern? Na, zu dem... Zu dem Großen. Du hast ja auch das... Sex... Paul, ich lade dir das jetzt in die Dropbox und Spaß. Ich will, dass du das auch hast. Lass mich doch her. Ich lade mich auch hier runter. Von eurem Haus steht ein Krieger. Ich lade viel zu lange, dann muss ich das wieder in den Magic Launcher machen. Du, Alter, ich bleib jetzt hier bei meinem... Hey, musst du doch nicht in die Magic. Nein, musst du nicht. Na, dann... Du machst das ganz easy. Ja, schön. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch, bitte. Aufs Dach, Leo. Warte mal, ich muss meine Monster Slayen hier. Hey, wie kommt man da hoch? Mann, du kommst jetzt... Alter, du gehst unten ins Haus rein. Achso. Du gehst ganz normal ins Haus rein. Aber jetzt müssen wir da... Dann ist nur vom Ende des Raums eine Leiter. Irgendwo ist eine Leiter. Ja, unten drin ist ein Loch hier. Oh. Guck hier, pass auf. Guck mal, jetzt komm mal hier rüber. Guck mal, voll Magic, Junge. Ich kann auf dem Nichts laufen. Ja. Ja, wow, Glas. Ja, ne? Haben wir gut gecheatet. Wow, wow, Glas, Mama. Ja, ich muss mir... Zeig mir mal, überzeugt ihr noch, weil ich hab schon... Drei, zwei, eins, dort. Ich hab schon lange nicht mehr gesehen, was ihr hier habt. Und? Warum haust du mich denn um, Mongo? Mach's denn doch mal. Sehr gut. Aber ihr müsst mir mal zeigen, was ihr so gebaut habt, weil ich hab das schon... Freundlich. Freundlich. Verarscht. Was? Ihr müsst mir mal zeigen, was ihr so gebaut habt. Ich guck mir das einfach an. Nein. Oh. Also pass auf, Komet, wo bist denn du? Ich bin jetzt hier hinten rechts bei der Farm. Und der? Funktioniert die überhaupt? Ja, komm mal aus der Farm raus. Sieht nicht so aus, als ob die funktioniert. Man, die Farm ist noch nicht mal fertig. Guck mal wieder zum Haus zurück, dann zeigen wir dir unseren Thronraum ETC. Ah, gut. Wollen wir uns was essen. Und Paul, was soll denn das bitte, Alter? Wollen wir Spaß sein. Was ist denn passiert? Ja, meine Katze hast du getötet. Weißt du, wie wir ewig gebraucht haben, um die zu zähmen? Wir haben ewig gebraucht dafür, Alter. Fick dich. Ja, ja. Neben mir war ja nur ein Creeper, der fast noch raus in die Luft gejagt hat. Also pass auf, komm mit, Leo. Ja, jetzt schubst du mich noch hier runter. Leo, komm mit. Also pass auf. Hier. Hier. Hier ist unser Thronraum. Oh. Das ist ein Whirlpool, guck nicht so. Ja, da ist ein Whirlpool, guck. Alter, Vater. Sind die alle voll? Boah, schön heiß. Nee, 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 die werden nach und nach voll gemacht. Ey. Der fällt erstmal runter. Ich guck nur, was drin. Der ist Klaus, Junge, war. Man, ich hab sowieso so viel Stuff, Alter. Das ist auch kein Mensch jemals in Minecraft passiert. Was wird, lol? Oh. Pass auf, so, hier. Wir müssen gef... Oh, falls, der kann auch runterfallen. Lol. Der Sturmmann. Du bist so ein Adi. Du bist so ein Adi. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, das war eine Störung. Sorry, das muss ich jetzt. Das wusste ich nicht. Das war eine Störung. Nee, ist hier auch gar nicht tief oder so. Das ist ja einfach egal. Ich hab das von ganz oben überlebt. Paul, hab ich da... So, komm. Komm rein, los, dein Stuff liegt ja unten noch. Ja, wie soll ich denn da rankommen, bitte? Was ist denn so? Alter. Ey, jetzt hau mich mal wirklich nicht. Nein, ich mach nicht. Ich mach die unten zu. Dann hau du mich aber auch nicht. Ey, keinem mein Stuff da auf. Paul, das Friedenstiel. Was, alle heben deinen Stuff da auf, okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich ihn jetzt so schnell töten würde. Ich hab gesagt, ich töte ihn dafür, dass er zu früh angefangen hat. Alles war ich nicht beabsichtigt, sorry, Leo. Warte kurz. Die Eisenrüstung kriegst du wieder und zwar ist da hier. Komm, man ja, der kommt runter. Lass ihn doch. Ja, ich hab dir gerade Wasser hingebaut. Lol. Lass ihn doch. 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 Wie, jetzt kommt hier irgendein Creeper oder so. Ich will, du machst das Wasser jetzt weg. Nein. Nein, gar nicht. Ihr doch nicht. Ihr seid ganz brave Buben. Oh. Gibt es noch irgendwas? Was ist das da? Ich weiß, ich hab was. Lass ihn doch. Lass, guck mal. Und fickt euch doch nicht. Oh, ich bin schieße. Da kann, ne, da kann er auch. Achso, ja, ja, ist ja egal. Wehe. Ohne Spaß, ey. Ist nichts passiert. Ja, ist ja gut, ich schimpelte hier hoch. Lass. Boah. Du bist, du bist der Obermong, aber ohne Witz. Sorry. Ohne Witz. Ja, ja, ja. Du wolltest schon in einem Eimer in der Hand, die siehst du. Du willst es doch, du willst mich doch treuen, du willst mich doch treuen. Du willst mich doch treuen, war das so klar. Alter, du bist so ein Mong. Lass da wen? Dann lass ich dich hoch. Ja, wenn, wenn ich schaffe, was soll das jetzt heißen? Ja, dann muss ich ihn halt. Ich bin ja da. Warte, warte, warte. Ich hasse dir, hab ich dir das eigentlich schon mal gesagt. Läu. Boah, bin ich ein Pro? Scheiße, das Problem ist, du willst mich hochkommen, ne? Warte kurz, ich muss ihn nochmal wegnehmen. Nein, 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 okay. Leute, Leo ist vor mir oben. Mach weg, mach weg, mach weg. Komm weg. Hey, was soll das? Oh. Läu. Tot. Die zwei Schlägen. Ich komm da nicht hoch, ich bin zu inkomplettend. Geile He-Termake-Skursion. Läu. Und wisst ihr, wie viel Staff ich hatte, Alter? Ja, so viel wie vorher. Jetzt hast du nichts mehr. Du kriegst es ja. Wie soll ich mich denn hier so lange... Hm, ich hasse dich, hab ich dir das eigentlich schon mal gesagt, aber ich liebe dich trotzdem. Ja, ich will mich nicht mehr. Läu. Ich bin ja voll in den Strudel ge... Ich kann aber nicht über mir einen Fahrstuhl bauen oder so. Alter, weißt du was? Aua. Paul ist richtig inkompetent. Ich hab jetzt nur Leos Level auf. So, jetzt stimmt der von dem Chat aus. Schon gewundert. Lol. Guck mal, Paul. Seit wann hat Paul eigentlich auch Rechte? Läu mal so runter, mal gucken, ob er es überlebt. Hat er schon immer.